denn nur die Karte das ist die komplette Karte eben und sie kommen Kronen kannst du ein bisschen eins und so ist das nicht sogar sie sind mit der Kohle nicht und wir haben ja den großen sie sind aus dem Reis wir sind Kohler haben ja ich jetzt die Plastex die wir mal gefunden haben die Barth und umgekehrt ein Jahr und das hat nun gesteckt das ist ja die Städte kommt jetzt noch in jedem Ruflust und 64 St das steht nur ein bisschen das ist die Welt leider werden nur zu uns hat doch gesagt wenn man es auch egal dann und dann wenn euch der Part gefallen hat so ein paar mit mir anderen zu und jetzt dann ist das sicher spannender wenn sich an die Menschen mehr aufnehmen als so wenn euch das Video gefallen hat und bewerbte er aber leider gibt es in jeder Saison und auch in ja also und bei mir das ist jetzt zu tun ein paar Jahre lang jetzt sagt ihr Schüsse nachdem die Aufnahme wenden doch auch aus dem Jahr dann tschüss Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Main Wurf zu gewähren mit mir und Blut und Nied wir haben letztlich stehen geblieben ja das war nur an dem mit aber wir haben im Kurs sind und die Karte weiter und ich muss das aussehen und so ja jetzt bist du wieder drin ja wenn es und so ist und es ist eigentlich auch auf der Karte gucken müssen so ist das nicht er Ja, habe ich ja. Und seitdem du online bist, wenn ich mich drehe, dann dreht sich dein Pfeiler auch mit mir, dann habe ich mich einfach nach oben. Und da ich nicht wusste, indem ich tatsächlich unten aus der Katze rausgelaufen bin, ich brauche einfach. Ach, ich kille jetzt ein paar Schweine. Keine Erfahrung, kein Fleisch, das geht ja gar nicht. Es reicht, wenn die mir Erfahrung geben, ich bin schon überlevelt. Die Schweine geben mir keine Erfahrungspunkte mehr. Ich mache das ja auch schon Wundit. Wundit kommt drauf an, was für ein Schwert. Dein Schwert macht Two-Head. Ja. Hölle. Creeper sind üblich. Ja, es hat zwei Punkte haver. Oh, noch einer. Ich muss nur mal gucken, wie wir TNT herstellen können. Wow. Woh, 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 woh! Da ist ein Spawner! Spawner! Toll, mir ist mein Steinstell kaputt gegangen. Wo sind meine Fackeln? Da! Warenbox ich das Skelett mit Fackeln? Pff! Wie macht's Spaß? Ach, nee! Wow! Wo die Skelettboxen sich da gegenseitig? Was? 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 haben wir genügend Holz vielleicht sogar mehr wie viel Wolle habe ich denn ich habe jetzt 17 Wolle gesammelt eine weiße Wolle jetzt ich werde jetzt die Un- oh dundundundundundundundundundundundundundund da habe ich ja was Schönes gefunden m ich habe Kürbisse gefunden ich muss noch nicht umspringen und es ist immer so wie man muss in der Nahrung 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 das ist komisch ist die Schlussfolgerung von Baum zu bauen die Hälfte gegangen ich hoffe du hast einen Bitz mit oder drei Wolle und drei Holz in der Workbench ein Wolle und ein Holz ich wünsch dir dann noch eine schöne Nacht schafft das Sonnabend nicht mehr wenn du noch zum Haus kommst dann ist okay ich will wieder und in dieser Landschaft wieder eine Unterkunft bauen müssen hier ist eine kleine stein und uns ist eine kleine Höhle Hallo Höhle oh ja ja es wird Nacht ach ich hab den Monster Spawner gefunden ich nutze jetzt den Monster Spawner als Schlafraum na Monster Spawner sag mir Bescheid wenn du im Bett liegst ach doch ja ich bin ja gleich noch mit dem Haus das ist auch sehr die Mitte bei uns ja deshalb sagt mir Bescheid wenn du ähm soweit bis dann kann ich mich spenden legen ich baue den Monster und ab von den ähm ich bin im Haus dann muss ich sagen wenn du im Bett liegst ich liege im Bett ich auch ich auch nicht auf den auf jeden Fall auf Schwertwechseln will ich gleich so gut ich bin zum Beispiel verwecken es ist klar wir haben noch ein bisschen in der Nacht gearbeitet ich werde jetzt noch die Ecken da unten rechts machen damit wir auch wirklich die ganze Karte sehen können ohne Spinne die Geräte die Graf nicht an hallo ich darf mich an zu greifen obwohl ich sie jetzt gerade angekaufen habe Schafi ich sollte alle tun Schafe das ist ein das ist ein das ist ein das ist da doch 3 3 1 2 stecken denn es wird so auf mein Leben Ich bin da. Warsttien nicht lange weg. Das kommt da rein. Und Knochen kommt auch dabei. 50 Knochen. Oh, auf jeden Fall werden wir Wölfe treffen auch nicht.